Hallo, ich heiße Prodomos Zynikouros und ich bin einer der beiden Regisseure vom Stück Telemachus, Should I Stay or Should I Go? Außerdem spiele ich mit in der Spielfigur von Telemachus. Auf der Bühne stelle ich mir die Frage, ob ich in Griechenland bleiben soll oder ob ich es meiner Familie gleich tun sollte und nach Deutschland komme, wie sie damals als Gastarbeiter Anfang der 70er Jahre. Die Idee für das Stück kam uns zusammen mit Anestis vor ungefähr zwei Jahren. Es war Ende August, Anfang September 2011, weil es eine Frage ist, die uns zu dem Zeitpunkt tatsächlich quälte. Sollen wir jetzt in Griechenland bleiben, versuchen hier Theater zu machen oder versuchen wir unser Glück halt woanders? Und ich muss gestehen, dass jetzt fast zwei Jahre später es immer noch eine Frage ist, die mich sehr, 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 sehr beschäftigt. Ich habe seit Juni 2012 meine Wohnung in Athen aufgelöst und pendle jetzt die letzten 13 Monate zwischen diesen beiden Ländern. Und ich glaube, das ist ein schöner Moment, mich bei all den Leuten zu bedanken, die mich als Obdachlosen behaust haben in den letzten Monaten, in letzter Zeit. Ich fange an mit Berlin. Vielen Dank Daniel Wetzel, vielen Dank Helga Thauk, Christina Caberi, Vasya Christopoulou, Lucia Meinhold, Sabrina Apitz. Vielen Dank in Griechenland an Nikos Pastras, an Antironi Vlissidi, an Vasiliki Trufaku und an Kostas Indoris. Ich hoffe, ich finde bald mein persönliches Ithaca.